Ich glaube, ich bin falsch. Ich auch. Ich bin richtig. Ja, ich bin falsch. Eins ist doch falsch. Was zum Teufel, ey. Ja, voll. Scheiße. Ja, warte für letzte Runde. Klatsch ist richtig gewesen. Ich bin letzter. Nein. Ich bin mit dem letzter. Gott sei Dank. Zweiter. Gott sei Dank, ey. Beide. Beide letzter Platz. Minus 10. Ne, wir kriegen die nicht. Leider nicht. Ah, dann wurde aufgeteilt. Gott sei Dank nur minus 5. Dann wird immer beim Kampfspiel aufgeteilt. Ist ja kein normales Minispiel. So, ja. Viel Spaß beim nächsten, der würfelt. Der kriegt zwar die Sterne vielleicht, wenn er da auf dem Bowser fällt. Toll. Keiner von euch. Äh. Äh. Der Kerl, Mann. Ich warte mal. Was ein Abschluss. Die Buchus, die kriegen uns erstmal nicht, weil wir im Helm sind. Oh. Ja. Jetzt sind die 5 mal 6 würfelig. Hat der nicht. Doch. Problem ist, wenn ich jetzt ne 5 würfel, kriege ich die Buchus. Wenn du ne 6... Also genau ne 4 würfel. Wenn du ne 6 würfelst, dann kommst du aufs Bowserfeld und die Buchus kriegen dich. Also wenn ich ne 6, ne 3 oder ne 2 würfel, dann kommst du aufs Bowserfeld. Wenn ich ne 1 oder ne 4 würfel, dann ist es gut, wenn ich ne 5 würfel steißen. Gut, meine Option sind der Regensteiner sein. Scheiße. Das ist ja auch bei die Buchus kriegen, denn... Ist egal, soll ich Sterne bekommen? Nach dem... Ja, alle greifen nicht an, ne? Die Hälfte weniger. Wow. Boah, minus 37. Alter. Alter. Und jetzt? Komm doch die anderen nach, ne? Ach du Scheiße. Jetzt verliert der Arbeitsglauben. 28 noch mal. Boah. Alles, was er spürt hat, ne? Ich bin 1. Ne, Vario ist 1. Was ist da? Yosiko. Yosiko. Yosiko will fennig und keine Sterne. Wenn du Glück hast, dann kannst du gleich ne 4 würfeln oben. Ja, jetzt kannst du 4 würfeln. Hoffen wir, dass du ne 4 würfelst. Ich treff das Ding jetzt gleich nicht, wenn ich diesen... Ne, geht da nicht. Ich kann diesen langsamen Würfel nicht nehmen. Ne, du kannst immer nur den normalen Würfel. Gucken wir mal. Mal eine 2. Jetzt hat es nicht, dass er eine 2 gelt hat. Ein grüner Hammer, Bruder. Wischern. Tot. Tot. Fiesband. Du musst her. Bewege dich mit Hilfe der Fiesbänder in das Ziel. Geh mal auf Steuerung. Yosiko muss. Ach so. Wir müssen uns bewegen und was müssen wir machen? Bewege dich mit Hilfe der Fiesbänder in das Ziel. Wenn du auf dem Fiesbänder stehst, kannst du es nicht mehr verlassen, bis du am Ende gelangt bist. Okay. In der Mitte. In der Mitte. Wir gehen auf ein Fiesbänder und dann müssen wir kurz warten. Start! Nein, wo ich schon gar nicht hin? Das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Nein. Oh, ich bin jetzt hier. Ach, der wird hoch. Ne, war schon richtig. Kümmer zurück. Gib dem noch keine Tipps. Natürlich. Da runter aber jetzt. Ne. Einen nach vorne. Oder da hoch jetzt. Ist egal. Die Röhre. Und dann rechts. Die Dinger haben sich geändert. Ich komm da nie hin. Ihr seid da schon achtmal alle zusammen vorbei gerannt. Wo bin ich? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung, wo hin muss. Geh weg hier. Boah, die leuchtest du davon. Ja. Boah, die leuchtest du davon. Boah, die leuchtest du in die Röhre. Ja, fein. Jawohl. Jawohl. Ich hab's doch geschafft. Mann. Wunderschwierig. Ich hab mich gerade wie logisch bin. Ja, glaub ich auch. Alle rennen fünfmal am selben Punkt vorbei. Ja. Ja. Ich bin zweiter, Juhu. Ich bin zufrieden. Ha, Kuba. Ich darf nicht fünf oder höher, aber toll. Ich hab einen normalen Würfel. Ja. Juhu. War doch. Der war einfach nur neins. Weil eins Laboratory. Hab ich gesagt? Ja. Ich hab verz직iert. Tja, da musst du wohl durch, hat er gesagt. War eine Drecksache, ne? Dein anderer Bruder Toad ist ein Drecksache. Sauber, der hat alles verloren, ey. Außenrum oder geradeaus? Bowser fällt. Jetzt kassiert er wieder Sterne. Der kommt aufs Bowser fällt. Ne, ach, da hab ich nie gesehen. Immer noch ein Bowser fällt. Langsame Würfel und einen. Genau. Muss ich da immer machen? Mach doch. Ne, ich will die Chance haben zu würfeln. Ich dachte ja immer den Auswahlwürfel, da kriegst du doch richtig scheiße. Was haben wir denn jetzt für ne Zahl? Das öffnet sie jetzt automatisch. Oh Gott, Alter. Der hat gesagt eine 5. Auf geht's. Was? Boss time. Final Boss. Sicher Bause. Ja, King Boon muss halt sein. Sag ich doch. Oh, guck mal. Von Super Mario, das Ding. Ja. Wer gewinnt 15 Sterne? Du kannst auswählen. Könnt's auswählen. Kettenhundfütterung und King Boos Wussel Wussel. Ey, den Bombardement. Von Nintendo 64, ey. Wie ist denn mal King... Bombomb, ne? King Bombomb, oder? Wie geil. Jo, König Bombomb. Von Super Mario 64. Warte. Die Würfelreihenfolge ist von links nach rechts. Die Wurfreihenfolge. Ja, weiß ich doch. Von links nach rechts. Der Schaden einer Bombe hängt von ihrer Größe ab. Wähle zwei oder mehr Spieler, die gleiche Bombe aus, setzen sie aus. Okay. Steuerung. Halte die Waagerecht. Wähle eine Bombe mit Hilfe Dingens aus. Wenn wir zweimal die gleiche haben, setzen wir aus. Okay, verstanden. Nicht wirklich. Da haben wir die Bombe. Ich glaub, die sind auf dem Fließband. Müssen zusammenarbeiten. Da ist er. Wiederbelebt. Da ist er. Wiederbelebt. Ja. Ach. Ihr seid einfach Vorsicht. Ihr seid Spieler. Müssen wir uns absprechen. Ich nehm die Dicke. Ich nehm jetzt Kreuz. Ich nehm eins. Wenn jetzt hab ich noch einen hier. Oh. 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 Wir sprechen uns jetzt gar nicht mehr ab. Oh. Du Fetzer. Wir haben uns alle drei. Ja. Ich nehm die kleine. Das geschieht euer Recht, ey. Das war richtig Dreck, ich hab mal keine gefunden, ey. Ich hab mal keine getroffen. Jawoll. Oh, der hat genug. Jetzt wird das sauer. Boah. Wie alle die Wii-Fair-Bedienung an dem Brauch halten. Alle drei. Oh, wir haben einen verloren, der wird jetzt sauer. Jetzt hörst du auch auf, das gleiche zu nehmen, dann kann er nicht angehen. Wer hat A genommen, gibst du. Soll. Na alle. Geil. Geil. Zeig. 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 Jawoll. Ey, der Computer cheatet, oder? Sieht so aus, ob der gewinnt. Ihr habt alle zwei, ihr habt alle zwei genommen. Oh, ganz knapp, ey. Immer hat irgendeiner da genommen, was ich genommen hab. Ich hab null Punkte in dem Spiel geholt. Oh, acht, ey. Der hat gewonnen. Da kriegen wir jetzt die Sterne. Elf hab ich gekriegt. Wo kommen wir jetzt noch? Warum bin ich denn erster geworden? Hä? Aber Vario hat ja mehr Punkte gemacht, als ich. Nice. Ich wohl gewonnen. Siegerehrung. Jetzt kommt ein Bonus, der Zufallstar. Krieg ich. Jawoll. Kupacke. 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 Ja, alles klar. Du kaufst gar nix. Flodstar. Flod- Ja, Vario. Jawoll, ey. Wessen ist der Superstar? Nein, so weg. ich glaube nicht er kriegt den stern jetzt kriegen wir nur einen damit muss man nur sterne wario nein durch die gewinnt sich verarschen und zwischen uns beiden ja ich hab gewonnen kooper gewinnt ja lass mal gucken du bist ein superstar vorgelegt jawohl kooper ist der beste 44 als rein ich muss doch mal abgeschissen am ende alter schwede das war lustig ja was kann man mit dem machen im museum kann man damit ist ja geil wenn ich den nick gepackt haben alle drei nein ben zurück zum hauptmenü wunderbar noch eine runde wenn er wollt